Okay, we'll give it a try as well. Ja, wir sind mal wieder im Bombard Forest und wir sind heute ca. 22 Kilometer gefahren, das heißt, wir haben unsere heutige Tour schon beendet und ja, das heißt, das Outro ist gleichzeitig auch irgendwie das Intro, weil ich mir nicht sicher war, ob ich heute filmen werde, weil Elle mit dabei ist und wir deswegen ein bisschen langsam gefahren sind. Aber ich habe trotzdem die GoPro dabei gehabt und konnte es nicht lassen, hier ein paar Aufnahmen dann mitzumachen. Das heißt, ihr könnt euch die Aufnahmen jetzt anschauen. Wir werden uns jetzt Kaffee machen, also Kaffee trinken und unser Sandwich essen und ihr könnt die Trails enjoyen, genießen, whatever. . . Musik So, jetzt kommt wieder die lange Abfahrt, die habt ihr schon im letzten Video gesehen. Diesmal fahre ich schneller als das letzte Mal. Musik Wee! 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 Es macht echt Spaß. Ich wollte gerade sagen, es macht echt Spaß, wenn man den Trail kennt. Ich habe gedacht, ich kann die Kurve in den Baum besser nehmen. Musik Ja, und den fahren wir jetzt. Musik 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 Okay, hier wird es ein bisschen steinig. Das ist auf jeden Fall anstrengend, weil man zwischendurch immer mal wieder treten muss. Musik 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 Oh, shit, man! Daniel war smart, ey! He's coming back. Okay, Roddy versucht's nochmal. In die Richtung hat's geklappt. Okay, we'll give it a try as well. Wee! What are you doing? There? Over there you have to paddle really hard to get enough speed, but in the same time you have to go in the right gear to ride up. Well done. Thank you. Well done. Ah, shit, man! Ah, jetzt sind wir ein ganz schön Stückchen noch hochgefahren, aber ja, wir haben's geschafft. So, ich hoffe, euch haben die Ausschnitte gefallen. Wir fahren jetzt alle wieder nach Hause. Oh, das ist da gewesen. Und wir fahren jetzt noch gleich in den Bikeshop, weil meine Schock, also mein Dämpfer, ich habe vier Tage einen Dämpfer bestellt, neun, weil mein Dämpfer kaputt ist. Er hat ganz viel Luft verloren. Und ja, wir werden mir die zwei Guys jetzt noch abliefern und danach geht's in den Bikeshop und dann werde ich meinen neuen Dämpfer abholen. So, jetzt ist nur noch mein Bike drauf und das Kumpel fährt jetzt auch mal. Und wir fahren jetzt gleich, also erstmal duschen und dann fahren wir weiter in den Bikeshop und hoffentlich kann der Bikeshop meinen neuen Dämpfer gleich dran machen. So, ich musste jetzt gerade mein Bike abgeben, weil es leider nicht gleich fixen kann und ja, wir holen's dann einfach morgen ab. Hier seht ihr meine neuen Dämpfer. Ja, er ist jetzt endlich an meinem Bike. Oh, ihr seht mich gar nicht. Ja, er ist jetzt endlich an meinem Bike und wir gehen jetzt für eine Testrunde, also hier um die Ecke. Ein paar Trails abfahren, damit ich den Dämpfer checken kann, damit wir Tasmanien, weil wir nämlich am Sonntag nach Tasmanien fahren, fliegen, was auch immer. Damit ich auch hundertprozentig sicher bin, dass der Dämpfer gut funktioniert, gehen wir jetzt auf eine kleine Runde. Aber ich würde sagen, das Video hier ist jetzt schon lange genug und ihr seht dann einfach die Trails von heute dann im nächsten Video. Also schwenkt euch aufs Bike und travel and ride. Bye bye. Kminn's 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 Kminn's